...durchaus komponentfähig ist. Die Zeit für alle Interessierten. Reichsprunner wurde festgestellt. Es ist überhaupt nicht... ...die Hände und die Hände, die sich in der Hände und die Hände und die Hände und die Hände. Vornehmende, der Hände und die Hände, die sich in der Hände und die Hände und die Hände und die Hände. Und Stefan Wagner, Formel, Zielingsgraffest. Der deutsche Meistertitel ist Sascha Nössing, der Mann für das Brighton. Das Team hat sich die Siegerin. undarbe! Applaus Hey? Applaus 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 Alle Fahrer sind auf der Strecke und wir begrüßen alle Sport, die interessiert sind uns, die jetzt vielleicht fünf Minuten vorbeigekommen sind, Rechardtricht zum Siegmarrennen 2013, Air-Form-Ansatz in Deutschland. So, hier haben wir mit der 1.030 Grenade im Ziel. Wir sind in der 1.040 Grenade im Ziel, wir sind in der 1.040 Grenade im Ziel, das Kompass von der 3.040 Grenade im Ziel. 2008 folgt hinterher, David Schwendemann, Mann vom Team Ungar, hier Biakki. Jetzt kommt es um 10 Minuten, dann kommt es möglicherweise auf der Sieger auf der kurzen Distanz bei 137. Auf die Strecke! Geht los! Geht los!